Und dann Moinzen zu den VfB News. Wir legen los mit Mitgliederversammlung. Ist angekündigt für den 11. September 2022. Save the date, schreiben Sie, in der Porsche Arena. Das ist wahrscheinlich unbedingt weniger, die sich freuen würden, wenn auch Porsche tatsächlich bei uns einsteigen würde oder sowas in die Richtung. Es kam ja auch so ein bisschen was auf in die Richtung, gerade als es diese Gerüchte gab, dass Mercedes irgendwie raus wäre, was ja nicht stimmt. Aber vielleicht ist es ein Wink. Ich glaube es nicht, aber man kann ja ein bisschen hoffen, dass wir da vielleicht irgendwann was an den Start bekommen. Auf jeden Fall in der Porsche Arena. Der ganze Spaß. Auch schön, das hatten sie ja auch gemacht bei Union Berlin. Hatten sie quasi Kommando Kahnstadt das Ding überreicht, so ein Trikot. Jetzt haben sie es auch damals in Bielefeld dem Schwabensturm 02 übergeben. So ein Gratulationstrikot halt, auch mit der Kurie und so weiter. In diesem Fall waren es Werle und Vogt. Sehr, sehr schöne Nummer. Auch eine sehr, sehr schöne Nummer am Internationalen Tag des Sports für Entwicklung und Frieden. Beteilt sich der VfB bei der Initiative vom Feld in den Fanshop. Eine sehr, sehr schöne Aktion. Initiative für faire Baumwolle. Also der VfB ist ja sowieso bei vielen, vielen Sachen sehr, sehr nice dabei. Nächstes Beispiel. VfB unterstützt Hilfstransport für die Ukraine. Gemeinsam mit Jako und Aldi Süd in Moor. Unterstützen sie dann in Ukraine. Hilfstransport. Genau, so zivile Hilfsorganisationen. Mit 33 Paletten beladen ist der LKW derzeit in Richtung ukrainisch-belarussische Grenze unterwegs. Eine sehr, sehr schöne Aktion. Ich kann schon ankündigen, das wird hier so ein bisschen ein Themen-Do-Hu-Wa-Bo-Hu. Es ist ein bisschen schwieriger, diesmal für mich irgendwelche gescheiten Übergänge oder Kategorien zu finden. Ich hoffe, ich habe es irgendwie ansatzweise okay hinbekommen. Cut zu Mario Gomez. Ich kriege da gerade keine Überleitung hin. Aber Sport 1 hatte dieses Format, wie gut war eigentlich. Und da war Mario Gomez dran. Ist auch schon ein bisschen her, am 4.4. Aber hat auch nochmal schön gezeigt, das Video, wie dermaßen underrated diese Karriere von Mario Gomez ist. Sag ich euch, wie es ist. Eine grandiose Karriere. Er war ja immer so abgestempelt als Chancentod und so. Es kam halt gefühlt von diesen ein, zwei Spielen da bei der EM 2018, zum Beispiel diese Fail-Aktionen aus dem Halbmeter drüber geschossen, die für jeden bekannt ist. Aber Gomez war ein richtig geiler Stürmer. Ist ganz weit oben dabei bei den besten deutschen Stürmern der letzten Zeit. Hat jetzt auch in FIFA eine, was ist das hier, seine Hero-Karte wurde geupgradet quasi. Ich glaube so Foot-Captain-Geschichte ist das hier. Genau, Captains, Foot-Hero-Captain. Ist nochmal ein bisschen hoch. Seine originale Karte ist ja bei 88. Die ist jetzt auf 93 hoch. Eine sehr, sehr geile Karte für alle, die FIFA-Ultimate-Team am Zocken sind. Wieder schwierig, Übergang zu machen. Aber ist auch keine direkte VfB-News, sondern die News, die ich einfach mit reinnehmen wollte. Ob die stimmt, ist die andere Frage. Einfach zum Thema Fußball insgesamt. Die FIFA plant wohl bei der Weltmeisterschaft in Katar dieses Jahr die Spiele von 90 auf 100 Minuten zu verlängern. Ähm, also die, Gott, jetzt mache ich mich lächerlich mit der Aussprache, Corriere dello Sport, keine Ahnung, aber es ist jetzt nicht das beschissenste Medium, das es berichtet. Würde ja auch passen, wenn da weiter der Fußballkommel zerstört wird. Ja, klingt jetzt nicht viel, aber es wäre halt trotzdem so, warum, warum? Es würde halt einfach keinen Sinn machen, warum machst du sowas? Warum? Gerade da, wo es ja ihre Stadien irgendwie künstlich lüften müssen, so was ja selbst im Winter viel zu warm ist, da ballerst du dir noch 10 Minuten mehr Spielzeit rein. Und die große Furcht ist auch, das ist alles nicht mehr auszuschließen, dass du halt bei einem 100-Minuten-Spiel die Kacke auf 4x25 Minuten unterteilst zum Beispiel. Und eben nicht 50 Minuten pro Halbzeit spielst, sondern eben 4 Halbzeiten hast. Oder, das heißt ja gefühlt gar nicht mal Halbzeiten an, ne, aber halt 4x25 Minuten spielst. Der Schritt dahin wäre nicht mehr weit. Also ich hoffe, dass er den Scheiß nicht durchsetzt. Natürlich auch in erster Linie wegen der Belastung von den Spielern. Weil auch wenn es nur 10 Minuten sind, es sind halt 10 Minuten mehr. Und die werden mit in der Saison da reingeschmissen in die WM. Das ist eh schon völlig bescheuert, was da passiert. Das wäre halt nochmal ein weiterer Schritt. WM, bleibt mal dabei, wir hatten einen geisteskranken Auslosungsstream. Damals von der Gruppenphase der WM. Wie viele waren es? 520 Zuschauer. Also gleichzeitig Zuschauer am höchsten Punkt. Absoluter Vollrekord. Davor war ein Rekordjahr bei 280 grob oder so. Wo wir 4 zu 0 bei den Bayern verloren haben. Jetzt einfach 520 grob gewesen. Wahnsinn Stream gewesen. Und auch unsere Auslosung ist nicht, ja, gar nicht mal so geil. Sagen wir mal, wie es ist. Also Deutschland, Japan wird das erste Spiel sein in der Gruppe. Am 23.11. für Deutschland. Danach gegen Spanien. Am 27.11. Und am 1.12. Es sind einfach, aber hier wieder Budde bei die Fische. Es sind auch wieder Daten, auf die ich keinen Bock habe. Ich will kein WM-Spiel am 1.12. gucken. Warum? Warum wird sowas passieren? Warum? 1.12. Da spielen wir entweder, die spielen noch gegeneinander, die müssen das Ding noch ausspielen, den Platz in der Gruppe. Entweder gegen Costa Rica oder Neuseeland. Das ist keine einfache Gruppe. Und du kommst auch tatsächlich gegen Endo. Also ich gehe mal fest davon aus, dass der dabei sein wird mit Japan. Spanien natürlich auch ein harter, harter Gegner. Aber man muss ja trotzdem sagen, dann wirst du halt Erster, Spanien Zweiter oder umgekehrt Spanien Erster, Deutschland Zweiter. Du musst da schon auf jeden Fall weiterkommen in der Gruppe. Endlich mal eine Überleitung. Wir bleiben bei Endo. Der war nämlich in einem Pressegespräch am Start, um eben auch diese Kooperation mit der Fußballschule in Tokio ein bisschen gequatscht gehabt. Hat man ja auch immer schon mal angesprochen hier in den VfB News. Da ja damals mit dem Fokus darauf, dass er diese amerikanische Kooperation quasi da irgendwie einen komischen Namen hatte. Mit diesem Blitzkrieg hat er das Team einen komischen Namen. Das war da der Fokus. Und wir bleiben bei Japan. Anri Chase habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, wenn ihr mir auf Insta folgt. Weil da bin ich immer sehr schnell dabei in den Storys, würde ich mal behaupten. Anri Chase' Vertrag ab dem 1. Juli 2022 stand auch schon länger fest. Oder das Gerücht war auch schon länger sehr fest, dass er kommt. Jetzt wird es offiziell 18 Jahre alt. Innenverteidiger. Kommt von der Shoshi High School in Japan. Und es ist jetzt auch schon japanischer U23 Nationalspieler mit seinen 18 Jahren. Also es könnten nach Ito, nach Endo, von mir aus auch früher noch ein Okasaki, der nächste ordentliche Japaner werden bei uns im Team. Gerne mehr davon. Immer her damit. Hier, Überleitung quasi, wir bleiben bei der Jugend. Weil ich es auch einfach mal ansprechen wollte noch, dass jetzt ja auch zum Beispiel so Leute wie ein Klimowitsch mittlerweile in der zweiten Mannschaft spielen. Der war auch eigentlich ja mal noch Kandidat, selbst für Startelf und so weiter. Mittlerweile spielt er tatsächlich in der zweiten Mannschaft hauptsächlich. Und hier war natürlich auch lustig an dem Spieltag, ich weiß gar nicht, wie sie da gespielt hatten. War es ein Unentschieden? Weiß ich gar nicht, weil der VfB 2 läuft ja auch absolut gar nicht rund. Damals war es einfach dann VfB 2 gegen Sascha Mölders, weil der beim Sonnenhof Groß-Astbach jetzt spielt. Kevin Grimm hat verlängert. Seit 2014 ist er am Start. Also wir bleiben weiter bei der Jugend. 21 Jahre alt ist er, kam zu sechs Einsätzen und erzielte ein Tor. Wurde verlängert, wie gesagt, seit 2014 schon beim VfB. Sehr, sehr lange am Start. Auch verlängert wurde jetzt, das ist noch frisch quasi, von heute ist Nikolas Klaus. 19 Jahre alt, U21 beim VfB am Start. Hat zehn Spiele absolviert in der Regionalliga Südwest. Genau, Vertragsverlängerung in der Jugend. Auch noch ein Jugendtalent so gesehen ist Matej Maklica. Und der macht schon, klar, immer für die Verhältnisse, das ist Schweizer Liga, aber er macht da schon einen sehr, sehr guten Job scheinbar. Also Maklica ist tatsächlich der erfolgreichste Zweikämpfer der Super League, so heißt es dort, mit 85% Zweikampfquote. Ist sehr, sehr stark. Mal gucken, ob der dann im Sommer auch noch eine tiefere Rolle bei uns in der ersten Mann vielleicht spielen kann. Der ist halt nur ausgeliehen. Ich bin mir bei ihm gerade gar nicht sicher. Ich meine, bei ihm war es so, dass es eine Meldung gab, dass er eine Ausstiegsklausel hat. Und es gab eine Meldung, dass er keine hat. Also mal gucken, also keine Ausstiegsklausel, sorry, eine Kaufoption für St. Gallen. Mal gucken. Aber da hat auch schon Gebielefeld ein bisschen erstiger Luft schnuppern dürfen. Ein paar Minütchen der Maklica. Karten der Defensive sind wir jetzt nicht unbedingt mit 500 Leuten aufgestellt. Also das ist dann schon einer, der im Sommer wohl auch mal interessant für uns wäre, wenn er denn zurückkommt und nicht von denen gekauft werden kann. Wie auch immer. Wer im Sommer auch zurückkommt, aber nicht zu uns, sondern zum VfL Wolfsburg, ist Omar Mamusch. Da ist er mehr oder weniger fix, dass der Kollege zurückkehrt. Hat der Schmadtke schon gesagt. Wir planen mit dem quasi. Und wir hatten auch die Geschichte hier schon, dass er seinen Berater irgendwie geändert hat. Passt schon. Der scheinbar durchaus seine Spieler gerne mal in der englischen Liga unterbringt. Es gab es von der Bild Berichte, dass Arsenal und Tottenham ihn scheinbar intensiver beobachten würden. Bin ich mal gespannt. Bei beiden sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass der bei denen von Anhieb erstmal auf krass viel Spielzeit kommt. Mal gucken. Wäre auch gespannt, wie viel die Blechen müssten. Mark wird aktuell 4,5 Millionen. Wie viel Wolfsburg da holen wollte oder einnehmen wollte für ihn. Sehr, sehr interessant zu sehen, wie es mit Mamusch weitergeht. Wir haben ja auch Interesse hinterlegt. Mal gucken, wo er am Ende sein Weg hingeht ab dem Sommer. Wir kommen zum Mangalersatz. Das nächste Gerücht beim Spiel zwischen Groningen und Ajax waren die Scouts vom VfB dabei, um den 25-jährigen Mittelfeldspieler von Groningen, Laros Duarte, zu begleiten. Bin ich mal gespannt. Kann ich euch absolut nichts zu sagen zu dem Kollegen. Scheinbar auch Renn dort gewesen mit ihren Scouts. Was schon mal, finde ich, ein gutes Zeichen ist. Von Renn kam ja, glaube ich, auch damals, wenn ich mich jetzt nicht falsch im Kopf habe, auch Dembélé. Das müsste Renn gewesen sein, nicht Lille. Das müsste Renn gewesen sein. Also Renn, auch ein Klub, der durchaus gute Talente am Start hat in Frankreich. Also wenn die da auch am Start sind, klingt das nicht verkehrt. Mal gucken. Aber macht natürlich auch den Eindruck, wenn so viele Mittelfeldspielergerüchte kommen, dass die Wahrscheinlichkeit schon auch, wie ich es ja auch glaube, recht hoch sein dürfte, dass da Mangala im Sommer, wie das gesagt, eine Luftveränderung vornimmt. Gerücht natürlich auch um den Sosa-Ersatz, weil Sosa wird im Sommer wahrscheinlich auch weg sein. Da kommen wir gleich noch dazu. Auch schon gestern ein Video dazu gekommen, zu dem großen Gerücht mit Barcelona. Wie gesagt, kommen wir jetzt gleich in zwei Tabs quasi zu. Und Ersatzgerücht ist Ritwan Yilmaz von Besiktas Istanbul. Siebeneinhalb Millionen wird da scheinbar gesprochen, dass wir bereit wären zu zahlen für ihn. Der kam halt schon ein paar Mal vor. Also der Sosa war ja schon in ein paar Transferfenstern mal in den Gerüchten, dass er weg ist. Und da kam der Name auch schon immer wieder, meines Wissens. Also klingt nicht unrealistisch. Mal gucken, wem wir dann holen würden. Ich glaube, siebeneinhalb Millionen für den Sosa-Ersatz wäre auch gar nicht verkehrt. Natürlich wäre es auch eine Summe, wo du sagen würdest, ja, dann darfst du dafür auch gut kicken. Also ich kann auch nicht einschätzen, noch nie spielen gesehen. Aber wenn du so eine Summe in die Hand nimmst, natürlich für VfB-Verhältnisse auch, siebeneinhalb Millionen, dann hoffen wir einfach mal, dass der Kollege was kann. Wenn es halt ein Auge auf ihn geworfen hat, dann können wir ja, glaube ich, mehr oder weniger auch davon ausgehen, dass der Junge was kann. Scheinbar planen wir laut einem Kicker die Verpflichtung von Martin Drillazza, keine Ahnung, 22 Jahre alt von BVB2. Das klingt dann fast so, als wäre Predlo im Sommer weg. Haben wir auch hier auf Twitter geschrieben. Gehe ich mit bei der Idee, quasi bei dem Gedankengang, weil ich glaube nicht, dass der Müller ersetzen kann. Habe auch ein bisschen auf Twitter durchgelesen, so ein paar BVB-Fans, die ein bisschen näher was zu ihm wissen. Die haben auch gesagt, ja, Talent halt, aber nie im Leben Bundesliga-Niveau. Oder noch nicht im Leben Bundesliga-Niveau. Müller wirst du auch nicht ersetzen wahrscheinlich. Da müsstest du wahrscheinlich ordentlich Kohle in die Hand nehmen, um einen richtigen Ersatz zu finden. Oder halt Müller auch verkaufen. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Auch wenn er viele, keine Agenda oder vielleicht doch eine Agenda, aber viele das vielleicht auch wölten, dass Müller ersetzt wird im Sommer. Ich glaube nicht daran, dass das passiert. Und der Kollege ist halt die Frage, du hast Schock verlängert. Auch wenn er bei dem VfB 2 spielt, klar, Schock aktuell. Aber mal gucken, wenn er kommt, kriegt er ja meistens ganz gut informiert, wo er hinkommt. Ob er dann die 2 macht, ob er die 3 macht hinter Bredlo und Schock weiter Regionalliga spielt. Das ist halt die Frage. Oder ob halt wirklich Bredlo im Sommer geht und sagt, ich habe irgendwo in einer 2-Liga zum Beispiel ein Angebot, wo ich Stammkeeper bin. Dann ist es, glaube ich, auch vollkommen okay, dem keine Steine in den Weg zu legen. Da wäre es natürlich auch interessant, ob der Kollege dann direkt posten 2 macht oder ob er einen Schock aufrückt und Posten oder Torwart Nummer 2 macht und der BVB 2-Keeper hier auf die 3 rückt. Mal gucken, was passiert, wenn es denn passiert. Wir kommen zu Sosa. Die meiste News war ja quasi schon gestern, dass Barcelona interessiert ist an Borna Sosa. Nun hat der Kicker noch ein bisschen was aufgeräumt, was quasi Unklarheiten angeht. Zum Beispiel auch das Thema Ausstiegsklausel, wo ich mir recht sicher war. Im Leben hat er ja keine Ausstiegsklausel. Sosa hat gesagt, es gibt keine, scheint auch zu stimmen, es hat keine Ausstiegsklausel bei Sosa. Es gibt keine schriftlich fixierte Vereinbarung. Was es aber gibt scheinbar, damit ist auch aufgeklärt, wie es aussieht mit den 25 Millionen, ist quasi, dass es hieß, ey, Borna, danke, dass du im Winter bleibst, weil so war es ja scheinbar. Es gab Angebote von Top-Klubs, die ihn gerne gehabt hätten. Und Sosa hat gesagt, nö, beschäftigt mich nicht, ich bleib hier, ich werde nicht Abstieg schaffen mit euch. Dafür gab es wohl scheinbar eine mündliche Zusage, mündliche Absprache zwischen Sportdirektor und Spielerseite, also Missionetat und Sosa, dass er im Sommer gehen darf, wenn wieder ein finanziell lukratives Angebot auf den Tisch kommt. Und das eben für diese 25 Millionen Euro. Aktuell gibt es aber wohl noch keine konkreten Offerten bei uns für Sosa, aber 25 Millionen, wie ich gestern auch gesagt habe, Marktwert aktuell bei 20, 22 Millionen, noch lange Vertrag. Wenn da die Leute mitbekommen, dass der für 25 Millionen gehen darf, weil er eine Absprache hat, dann wird das irgendeinen Top-Klub zahlen für Borna, Sosa, wenn der weiter solche Leistungen zeigt. Also ich glaube, das Kapitel dürfte im Sommer leider Gottes vorbei sein. Interessant, da ist noch, hat die an Twitter-User auch geschrieben, Sosa ist ja noch ein Reschke-Transfer von damals. Hat auch einer geschrieben jetzt hier, sollte Sosa wirklich für 25 Millionen gehen, hat der VfB für die Reschke-Transfer Sosa, Gonzalez, Ascaciba und Kempf 59 Millionen Euro verdient. Muss man auch sagen, es war nicht nur Scheiße dabei bei Reschke. Es war viel Kack dabei, klar, auch Missens hat nicht, war bisher nicht jeder Spieler ein Volltreffer, aber auch Reschke hat mit Nachgang quasi das gehalten, was man sich erhofft hat, Spieler holen und teuer verkaufen, hat halt ein paar Jährchen gedauert. Bei Sosa hat es gut ein paar Jahre gedauert, bei Überzahl ist es auch, die haben halt nicht alle sofort eingeschlagen. Ascaciba vielleicht noch ein bisschen schneller gezündet, Kempf brauchst du da gar nicht groß unbedingt mit reinrechnen, hat eine halbe Million gekostet für Berlin so. Aber klar, die großen Transfers, mal gucken, was mit dem Maffeo noch ist im Sommer, ob wir den auch noch verkauft bekommen. Also hat ein paar Jährchen gedauert, aber es kommt doch Geld aus diesen Reschke-Transfers von damals perspektivisch quasi rein. Kommen wir zur Schiri-Abteilung, nämlich quasi das Übergang zum nächsten Thema danach. Aber erstmal hier, der VfB stellt die größte Schiri-Abteilung in Deutschland. Jetzt mache ich den Übergang und wünsche mir, dass aus dieser Schiri-Abteilung dann auch richtig, richtig gute Schiris rauskommen, weil die fehlen uns offensichtlich in der Bundesliga. Ich will nur ganz kurz darauf eingehen, aber im Abstiegskampf auch wichtig und ich fand es da auch vom Bruce Svensson sehr, sehr stark, die Aussage nach dem Spiel, weil es geht um Augsburg gegen Mainz, auch schon ein paar Tage her. Augsburg haben ja nicht 2-1 gewonnen unter der Woche, am Mittwochabend. Und wichtige Punkte natürlich für Augsburg, gefühlt sind die, das heißt gefühlt, für mich sind sie raus aus dem Abstiegskampf oder aus diesem Pakt da unten mit uns, Bielefeld und Berlin. Und da ist halt das Ding gewesen, dieser Elfmeter zum 1-0, den kannst du halt in 10 kalten Wintern nicht pfeifen. Das passiert nicht. Er hat nicht gepfiffen, aber dafür haben wir einen VAR. Und da hat auch Regiri gesagt, gesagt, jo, hab mir eine Halbzeit gesehen, hab mir gefragt, warum wurde ich nicht kontrolliert oder warum wurde ich nicht korrigiert, besser gesagt, vom VAR. Und auch, wie gesagt, Bruce Svensson hat danach gesagt, was sollen sich jetzt die Spieler, Fans, wie auch immer, von VfB, von Bielefeld, von Hertha denken, wenn ein Mitkonkurrent solcher Elfmeter bekommt. Was sollen die sich denken, wenn sie auf so ein Spiel gucken? Jetzt mal wirklich, das hat er wirklich ganz ohne Mainz oder ohne quasi zu sagen, ey, so eine Scheiße, wir haben hier verloren, da habe ich wirklich auch den Aspekt gesehen, dass es natürlich für den gesamten Abstiegskampf für den Arsch ist, so was, logischerweise, ja, es stand nur 1-0, hätte noch so oder so ausgehen können, aber dass man so ein Elfer pfeift, ist halt der Wahnsinn. Also du kannst mittlerweile keine einzige Entscheidung mehr irgendwie ernst nehmen. Wenn du sowas trotz VAR pfeifst, dann ist es halt einfach vorbei. Tut mir leid. Plus kommt hier, deswegen auch der VfB-Bezug, der VAR war in dem Spiel Tobias Stieler. Das war der Schiri, der unseren 50-50-Elfer in Freiburg zurückgenommen hat. So viel dazu. Schiedsrichter schwierig. Ich hoffe, schlechter Übergang, dass der VfB bessere Schiedsrichter aus seiner Abteilung rausbekommt. Apropos schlechte Abteilung. Das Video von Frankfurt gegen Barca. Aber in Bezug darauf, dass wir eine schlechte Abteilung haben. Weil auch wenn ich das Video gesehen habe, richtig geil. Sechster, Vierter kam bis vor dem Heimspiel. Jetzt ja 1-1 Ausgang ist das Hinspiel. Ein richtig schöner, kleiner Einstimmer. 1,50 Euro grob lang mit Hey Barca und so ein paar geilen Sprüchen, geile Choreo-Bilder und so weiter von Frankfurt gegen Barca. Richtiger Einheizer halt. Habe ich mir wieder angeschaut und mir gedacht, Mann, warum haben wir sowas nicht? Ich meine, klar, wir können keine Einheizer machen gegen Barca und so. Das ist mir alles klar, ist alles okay. Aber warum haben wir sowas nicht? Wir haben keinen fähigen YouTube-Kanal beim VfB. Haben wir nicht. Also keinen fähigen offiziellen VfB-YouTube-Kanal. So meine ich das. Das Einzige, was da kommt, sind Pressekonferenzen. Das Einzige, was da auch manchmal kommt, ist irgendwelche, was ist das? Irgendwelche Wassersponsorship-Dinger. Irgendwie zwei Spieler hocken, die auch gefühlt gar keinen Bock darauf haben, da zu hocken und irgendwelche dummen Fragen zu beantworten. Dieses komische Unter-eine-Minute-Format da mit diesem, keine Ahnung, was beantwortet die Frage, die quasi da vorgestellt wurde oder sowas. Mann, es juckt niemanden, was die da machen. Besser geworden ist es auf Twitter, Insta und so weiter. Da gibt es immer wieder so kürze Zusammenschnitte und sowas. Die Einheizer vom Spiel, die kurzen Dinger, gibt es auch immer nach demselben Strickmuster quasi. Sind alle ähnlich geschnitten natürlich so. Manchmal wirklich lustige Bilder auf Twitter und so Geschichten. Interaktion ist auch da alles besser geworden. Aber auf YouTube verschenkt der VfB so viel. Ich habe schon vor Jahren gesagt, auch da, als ich meine Trailer gemacht habe, die mittlerweile nicht mehr gehen, rechtlich, das ist ja logisch. Aber ey, du hast doch als Verein die ganzen Rechte. Du hast sie doch. Dass du daraus nichts machst. Nichts. Ich erwarte jetzt erst mal gar nicht irgendwie den High-Quality-Shit oder so Behind-the-Scenes-Spiel-Videos wie Liverpool oder sowas. Was natürlich auch absolut geiler Scheiß ist. Aber irgendwas. Mehr als nur Pressekonferenzen hochladen auf YouTube. Es tut so weh. Eben gerade auch aus meiner Sicht, der was zum VfB macht. Aber halt in dem, was ich machen kann, irgendwo auch eingeschränkt ist. Und auch irgendwo, beispielsweise Stadion-Flogs, auch irgendwo in Graubereiche geht. Das ist einfach ärgerlich. Und da ist Frankfurt zum Beispiel auch ein großes Beispiel, wie man es halt macht. Wie es laufen könnte. Einfach geil. Und zum Abschluss noch zwei schöne Nachrichten. Auch vom VfB-Twitter-Account. Das können sie auch. Schöne Trainingsbilder. Back on track. Silas absolviert eine individuelle Laufeinheit auf dem VfB-Trainingsgelände. Schön, dich zu sehen. Silas direkt auch mit seinem klassischen Grinsen. Der Mann versprüht. Einfach gute Laune. Das gleiche auch hier. Mohamed Sanko. Auch immer mehr im Training mit dabei. Trotzdem bei beiden dürfen wir, glaube ich, erstmal auf die Bremse drücken. In Sachen irgendwie, die spielen nochmal die Saison. Juhu, die kommen noch. Und wann stehen sie wieder im Kader. Bei beiden hieß es Saisonende. Bei beiden ist der Weg erstmal langsam machen. Aufpassen bei so Verletzungen. Gerade bei Sanko. Bei den ewig langen Verletzungen. Vielleicht, vielleicht. Ich mache mir auch meine romantischen, fußballromantischen Hoffnungen, dass vielleicht ein Sanko, gerade mein Ziel, das hat er sein emotionales Comeback schon gegen Mainz. Das war grandios beim 2-1 Heimsieg zu Hause. Aber eben jetzt hier bei dem Spargelstück, ich würde sagen, Kohles, der vielleicht gegen Köln noch kurz ein paar Minuten bekommt. Die letzten drei Minuten noch spielen darf. Und wir sind eh schon nicht abgestiegen. Und nochmal Gänsehaut im Moment vor 60.000. Aber Ruhe bewahren. Bei den beiden ist, glaube ich, eher der Fahrplan nächste Saison. Und damit bin ich raus für die VfB News. Vielen Dank fürs Zuschauen, vor allem hier immer fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.